Dieses Tor stand urgesprünglich mit dem Gesicht zur Rheinallee. Das war das alte Straßenbahnweg, wo von 1904 im Krieg zerstört war, dann wieder der Räublewegung aufgebaut und von 1905 bis ins Neubau geschaffen, durch diesen Fahrradland hessisch Neubau gesetzt. Und früher hat so Industriebaus... Kann man das gut verstehen? Ja. Wir haben so Industriebaus und Charakter. Sie werden das auch bei der Wack-Umpfabrikanz umwarten sehen. Also so sah das aus. Da schweben auch gern mal die Fotos da hinten durch. Sie sind eingeschweißen, aber hier im großen Tasten keine Anpassung. So. 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 Muss ich was schaffen.